So langsam fällt mir nichts mehr ein, ich fange an, vergesslich zu sein. Pack ich die Dinge nicht gleich an, sind sie verloren, und dann? Vielleicht kann es am Alter liegen, manches kann ich zurechtbiegen. Die Wut packt mich beim Denken dran, dass ich nichts mehr alleine kann. Das Schreiben fällt mir richtig schwer, das Essen schmeckt mir auch nicht mehr, und lade ich mal Freunde ein, fällt mir ihr Name nicht mehr ein. Meine Hose zieh ich übern Kopf, ich bin doch ein armer Tropf, das einzig Gute ist daran, dass ich noch Klavier spielen kann. Das Leben ist jetzt nicht mehr schwer, Sorgen hab ich keine mehr. Alles rauscht an mir vorbei und ist mir völlig einerlei. Jetzt ist doch alles ganz egal, mein Lebensweg ist nur noch schmal. Die Hilfen nehm ich gerne an, weil ich alleine nicht mehr kann. Ich habe dieses Menschen, wo auch sie hätten, wie jedem drinnen 인터�uelln ja, walaue. Untertitelung des ZDF, 2020